Liebe Freunde, liebe Bekannte, das Weihnachtsfest steht vor der Tür und wir sind häufig am Suchen für viele liebe Geschenke an Freunde und Bekannte. Und das ist in einer gewissen Hektik und vergessen, dass das schönste Geschenk uns Gott gemacht hat. Er hat uns seinen Sohn Jesus geschenkt. Dieses wunderbare Kreuz habe ich von einem lieben Menschen bekommen. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich muss sagen, man sollte häufiger an Jesus, an Gott denken, der so viel für die Menschen getan hat. Und wir sind meistens in Action, wollen noch mehr haben. Und in den Nachrichten hört man immer nur von Krieg, von Bomben, von Menschen, die alles verlieren, die auf der Flucht sind. Und das berührt einen. Die zehn Gebote sollten unser Leitfaden sein. Und eines dieser Gebote heißt, du sollst nicht töten. Ja, wenn man sich nur an die Gebote halten würde, dann wäre doch Frieden auf der Welt. Ich danke für dieses Kreuz. Danke, dass Gott uns behütet. Und hoffe, dass viele Menschen wieder in die Ruhe und in Gott kommen. Dann würde die Welt ein bisschen besser aussehen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit und hoffe, dass ihr in die Ruhe, in die Beschaulichkeit kommt und dass ihr dieses wunderbare Ereignis, die Geburt Jesus, mit vollem, glücklichen Herzen genießen könnt. Frohes Fest! Eure Jitschi